In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit Hilfe des plastischen Readers im Microsoft Edge Schülerinnen und Schülern mit Leseproblemen oder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch unterstützen kannst. Vielleicht ist dir bei der ein oder anderen Webseite bereits einmal in der Adresszeile dieses Symbol aufgefallen. Es handelt sich hier um den plastischen Reader. Der plastische Reader ist allerdings nicht für alle Webseiten verfügbar, daher halte deine Augen offen nach diesem Symbol. Ich habe hier einen Ö3-Bericht geöffnet über meinen Flipped Classroom. Möchte ich diesen nun im plastischen Reader öffnen, klicke ich auf dieses Symbol oder verwende den Shortcut F9 und schon wird der Artikel im plastischen Reader geöffnet. Wie du siehst, werden Werbeeinblendungen und dergleichen ausgeblendet und es wird nur mehr der Text angezeigt und die eingebetteten Bilder. Mit der Funktion laut vorlesen kann ich mir nun diesen Text vorlesen lassen. Mathematik in der Schule, nicht mehr ohne Handy. Wenn dieser Text vorgelesen wird, hast du die Möglichkeit hier zu pausieren und bei den Optionen die Lesegeschwindigkeit einzustellen und auch eine Stimme auszuwählen, mit der du das Ganze vorgelesen haben möchtest. In diesem Fall, nachdem es sich um Deutsch handelt, musst du hier eine der deutschen Ausgabesprachen wählen. Das ist allerdings noch nicht alles, was der plastische Reader zu bieten hat. Ich schließe nun das laut Vorlesenmenü und wähle den nächsten Menüpunkt Texteinstellungen. Bei den Texteinstellungen kannst du nun die Textgröße anpassen, kannst den Textabstand vergrößern und kannst auch die Schriftart dieses Textes ändern. Weiters kannst du das Textspaltenformat anpassen und auch das Seitendesign. Möchtest du beispielsweise hier nicht schwarze Schrift auf hellsandfarbenem Grund, sondern schwarze Schrift auf weiß oder weiße Schrift auf schwarz oder hier die weiteren Designs. Der plastische Reader ermöglicht dir alle möglichen Varianten. Danach gibt es noch Grammatiktools, in denen du beispielsweise eine Silbentrennung aktivieren kannst oder dir auch die Wortarten markieren lassen kannst. Ich wähle hier nun Substantive, diese werden nun markiert und ich könnte auch die Markierungsfarbe ändern, beispielsweise auf Blau. Zu guter Letzt gibt es noch die Leseeinstellungen und bei den Leseeinstellungen hast du zum Beispiel die Möglichkeit einer Zeilenfokussierung. Es wird also immer eine Zeile angezeigt und mit den Buttons rechts unten kannst du nun von Zeile zu Zeile springen und es wird erleichtert, sich wirklich auf die aktuelle Zeile zu konzentrieren. Du kannst diesen Zeilenfokus auch erweitern von einer Zeile auf drei Zeilen oder auch auf fünf Zeilen. Dann bietet dir der plastische Reader auch noch ein Bildwörterbuch. Dieses kannst du aktivieren, wählst dann ein Wort, in diesem Fall zum Beispiel Mobiltelefon und es wird mit dem Bildwörterbuch dargestellt, um was es sich bei einem Mobiltelefon handelt. Immer wenn der Cursor ein Wort berührt, für das ein Bild hinterlegt ist, verändert sich der Cursor in einen Zauberstab und klicke ich darauf, wird das Bildwörterbuch angezeigt. Die letzte Funktion in den Leseeinstellungen ist die Übersetzen-Funktion. Ich kann hier nun eine Sprache wählen, beispielsweise Englisch und mit einem Klick auf Gesamte Seite übersetzen, wird nun dieser Text automatisch in Englisch übersetzt und deine Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache haben die Möglichkeit, diesen Text trotzdem lesen zu können. Wenn man sich die große Auswahl an Sprachen ansieht, die der plastische Reader bereits bietet, bin ich mir sicher, dass auch für deine Schülerinnen und Schüler die richtige Sprache dabei sein wird. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video zeigen, welche Möglichkeiten der plastische Reader für deinen Unterricht bietet und wie du Schülerinnen und Schüler mit Leseproblemen oder mit nichtdeutscher Muttersprache im Unterricht unterstützen kannst.